noch kein einziger diamanten das ist schon so ein bisschen schade sondern knipsen wir hier mal die wasserstelle aus und dann hey und dann schauen wir mal so wo ist der flauschfüßige so ein bisschen verwinkelt hier so viel redstone wie wir jetzt mittlerweile schon haben das können wir doch niemals alles verbauen aber egal es gibt erfahrungspunkte und das ist das was gut ist zur not machen wir uns einfach so einen kompletten leuchtende roten berg so geht es hier irgendwo weiter da so ich wurde ja immer da ganz gerne mal entlang ob es mich in eine höhle führt eine lavahöhle aber nee hier nicht so da schaut es auch nicht so aus da ist ende lass mich raten da drüben waren wir schon mal da waren wir aber nicht in dieser tour weil das würde ich doch nicht einfach so zurücklassen das ganze zeug hier oder entsteht das so zwischen mittlerweile inzwischen einfach mal so so da hinten muss ich natürlich auch noch ich dachte schon da wäre jetzt eine mine gewesen das würde jetzt noch fehlen eine mine dann würden wir glaube ich die nächsten 100 folgen nicht herauskommen so hier waren wir aber auch schon wieso lasse ich denn hier wieso habe ich dann was das denn ok warte mal das hieß hier aber nicht unser 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 eigener höhenkomplex oder nachdem ich dieses dinge da jetzt gerade gesehen habe was ist denn hier nur los das komplette system hier verwirrt mich extrem kohle also fakt ist wir waren hier schon mal bloß hoch wann wir hier waren das ist das große geheimnis und ich bin gespannt wo wir rauskommen das ist ja auch immer so ein kleines spielchen da oben war auch noch kein mensch hier schon naja ja auch nö ach da komme ich gar nicht hoch jetzt kribbelt die nase oh gott tschuldigung muss ich mir gleich mal notieren lass mich so sekunde ich muss irgendwo hin wo ich sicher bin so jetzt brauche ich erst mal ein stift so tschuldigung jetzt trinke ich erst mal ein stückchen t tschuldigung jetzt kümmern wir uns um die typen hier so hui ja siehst du mal einmal niesen müssen und schonen wären wir tot gewesen da gab es ja mal in der sogenannten bild gab es ja auch mal so ein bericht bitte nicht niesen sonst sind wir alle tot da hat ja wohl einer irgendwie so eine airbag patrone in der nase wobei ich sagen muss naja es muss ja schon irgendwie ein elektrischer hey elektrischer impuls kommt dass das ding zündet ne von dem niesen glaube ich nicht dass ein airbag auslöst nicht weil die patrone an sich dafür ist munition im allgemeinen viel zu stabil gebaut sag ich mal weil wenn du guckst wenn du wenn du hier silvester oder was wenn du die dinge mal in der hand hast also da kann auch mal eine ausversiehen mal runterfallen das macht ja nix so wo geht es jetzt hier weiter hier schon mal nicht und ja auch nicht ja wie sieht es zeitlich aus ach je das krieg ich heute wohl nicht mehr auf die reihe dass ich mal ruhig bin aber egal pass auf wir werden da jetzt mal hoch gehen und guck mal wer darum scheiß hat so viele skelette noch mal einer sag mal was ist er mit euch wo ist er denn da ist auch eine spinne so 15 level also eisentechnisch ne sind wir wieder enormst gut dabei aber wer weiß wofür was brauchen weil früh oder später komme ich mal auf den gedanken hey lass mal eisen verkleiden und ratz die fatze ist unser ganzer eisen vorrat weg habe ich eigentlich auch mist so wechselt denn der nicht wenn ich drauf drücke sag mal wird jetzt meine tastatur auch schon kaputt oder was brauche ich da auch eine neue oder wie meine güte dieses jahr ist echt nicht fein also was hier meine ausgaben betrifft echt nicht schön klar das ein oder andere hätte ich sagen können nö kaufe ich mir nicht aber ich gedenke es ist doch eine sehr wertvolle investition eine die sich sozusagen rentiert so wieso zum teufel höre ich eigentlich überall in irgendeiner höhle ein hühnchen wieso sind die hier was machen die hier was haben die hier verloren so wenn ich jetzt die aufnahme session dann durch habe dann muss ich quasi noch mitcher 3 far cry primal ja genau die muss ich noch aufnehmen den rest habe ich quasi schon aufgenommen und dann soll das gut sein für nächste woche weil ich ja nicht da bin deshalb nicht traurig sein wenn ich mal nicht direkt auf einen kommentar antworte aber naja es ist halt so dann kann ich jetzt einfach nicht aufgrund von fehlendem internet so warte mal hier waren wir aber da ist noch eisen das alte ufermann intro und ein und ein jetzt reicht aber hier dem habe ich gestern auch wieder beim stream zugeguckt dem guten ufermann hat der forest hat er gestreamt mit dem delfino zusammen das ist immer so wenn die leuten bei irgendeinem spiel zuguckst dann bekommst du irgendwie selber dann wieder total lust auf das spiel das war bei sefors so ich meine ich war da gerade hier am bearbeiten von den videos und am durchrendern und hochladen deshalb konnte ich nie mitspielen weil mich dann gefragt habe ob ich mitmachen würde hätte ich sofort gemacht aber wie gesagt ging leider nicht so jetzt bin ich schon wieder hier oben da sind sie links da sind sie rechts ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen in richtung ausgang hoffe ich ne gehe ich doch noch nicht ich lasse mich immer viel zu leicht ablenken ich weiß 16 fackeln haben wir noch ich will doch diamanten will ich noch sonst bin ich eingeschnappt wenn ich keinen diamanten bekomme sonst schmoll ich gut gleich zustopfen nicht dass was passiert der ganze redstone was ist denn mit dem sag mal wir haben schon wieder keine ahnung wie viel in der endertruhe haben wir ja auch noch was hier ebenso schnauze hallo 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 guten tag okay das ist eher so eine mika höhle ach kohle natürlich und laber wo war ich gerade ich bin schon wieder ein bisschen durch den wind weil ich gerade so am überlegen bin was ich heute eigentlich noch alles machen muss aber ich muss die wohnung aufräumen ich muss noch ein bisschen einkaufen gehen damit ich für heute morgen noch was zum futtern da habe beziehungsweise dann wenn ich nach hause komme dass da auch was zum essen da ist funktioniert das und lauter so sachen ich muss heute noch lauter sachen machen du das ist ja schön eine höhle bringt mich zu diamanten so da hinten waren wir auch noch nicht aber schön ausleuchten nicht das hier ne ihr wisst ja ja und wie gesagt dadurch ist mein gehirn jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt zwar ein schlechter zeitpunkt zum aufnehmen aber mein gott ist also kann man dann nicht viel man kann daran nicht viel ändern so komm schwimmen 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 auch eine höhe sagt bloß ich muss jetzt wieder zwölf kilometer laufen bis ich hier an der wasserquelle bin wir werden nie wieder hier rausfinden allein dafür brauche ich bestimmt schon zehn folgen oder so so und zacki so ach Mist hätten wir gleich als Mülleimer noch nutzen können vielleicht gibt es ja hier noch mal aber ne aber ich höre sie Licht haha jetzt gucke ich doch mal 11er höhe ist eigentlich perfekt wo geht es denn da hin so jetzt stellen wir da auf jeden fall nochmal schnell unsere endertrufe auf bisschen Zeug abladen das ist doch unglaublich oder wir haben überlegt wir sind keine drei Minuten sind wir von der schwarzen Bergfeste weg ne so vom Grundprinzip her und wir sind immer noch jetzt äh seit gut einer Stunde sind wir jetzt dann schon hier in dieser Höhle und erkunden und holen Ressourcen und machen Zeug das ist schon krass ne ich bin ja gespannt ob wir noch einen Diamanten finden hier wünschen tue ich es mir natürlich so ein schöner Diamant so jetzt haben wir hier einmal einen kleinen Mülleimer den Kies na gut den behalten wir jetzt mal ähm so viel Kohle haben wir jetzt gar nicht ne 2,6 Grad mal aber früher oder später müssen wir unsere Endertruhe aufstellen um neue Spitzhacken zu machen kommt Wasser durch ne hat getäuscht um neue Spitzhacken zu machen so